KUKA Robotik ist heute so einfach wie ein Smartphone. Mein Name ist Björn Mertens, ich bin bei KUKA im Business Development für das KUKA-Ekosystem Robotic Republic verantwortlich. In Kooperation mit Johannes Boss, auch bekannt unter der Marke JBO, präsentiere ich heute eine automatische Gewindeprüfung. Bei der Entwicklung unseres neuen Kobolds der Serie LBR Easy greifen wir auf 50 Jahre Technologiewissen in der Robotik und Kobotik zurück. So haben wir die Stärken unserer kleinen Robotik-Serie und der LBR IWA-Serie in unserem neuen System vereint. Das macht ihn nahezu so schnell wie ein Industrieroboter. Durch die integrierte Gelenkmomentensensorik lassen sich unsere Kobolds besonders einfach führen, wodurch sich Positionen schnell anpassen und einfügen lassen. Unser neues intuitives Betriebssystem IQKOS mit der grafischen Benutzeroberfläche ist für Einsteiger leicht zu verstehen und für Experten effizient zu bedienen. Die Gewindeleerenhaltigkeit und die Gewindetiefe wird mit dem Multi-Check von JBO vermessen und die Messdaten können mittels Bluetooth drahtlos an einen PC, eine Maschine oder eine SPS gesendet werden. Das Ergebnis kann an den Roboter übermittelt werden, sodass dieser entsprechend reagieren kann. Somit lassen sich Handarbeitsplätze effizient automatisieren. Dank der Kombination des Gewinde-Prüf- und Roboter-Systems, der intuitiven Bedienung und Integration beider Systeme, lassen sich neue Messaufträge einfach umsetzen und bestehende Aufträge schnell anpassen. Mit der Partnerschaft mit Johannes Boss im KUKA-Ekosystem bieten wir zusammen eine perfekt aufeinander abgestimmte Lösung für Sie. Industrie-Industrie-Intelligence Untertitelung des ZDF, 2020